Mein Name ist Anita Farke und ich freue mich, den Exoda-Blog Politik und Gesellschaft Podcast sprechen zu dürfen. Ab dem 1. April 2024 wird der Besitz und Eigenanbau bestimmter Mengen Cannabis in Deutschland für Erwachsene legal sein. Im Straßenverkehr bleibt jedoch Vorsicht geboten. Aktuell gilt ein Grenzwert von 1,0 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum, bei dessen Überschreitung man als unter Drogeneinfluss fahrend eingestuft wird. Dies kann für Ersttäter ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot zur Folge haben. Sollten Ausfallerscheinungen wie das Fahren von Schlangenlinien auftreten oder ein Unfall durch berauschende Mittel verursacht werden, handelt es sich nicht mehr um eine Ordnungswidrigkeit, sondern um eine Straftat, die den Entzug der Fahrerlaubnis und eine Geldstrafe nach sich ziehen kann. Es besteht eine allgemeine Übereinstimmung in Fachkreisen darüber, dass der aktuelle THC-Grenzwert für eine Beurteilung der Fahrtüchtigkeit nicht geeignet ist. Trotzdem ist unbestritten, dass der Konsum von Cannabis eine Gefahr für die Verkehrssicherheit darstellen kann, insbesondere während der akuten Rauschphase, in der sich Sinneswahrnehmungen und Reaktionszeiten verändern können. Ein wichtiges Konzept ist das Trennvermögen zwischen Konsum und Verkehrsteilnahme. Das heißt, Fahrer müssen in der Lage sein, zwischen dem Zeitpunkt ihres Cannabiskonsums und der Teilnahme am Straßenverkehr eine klare Linie zu ziehen. Bislang gibt es noch keine eindeutige neue Regelung oder Empfehlung für einen angepassten THC-Grenzwert im Zusammenhang mit der anstehenden Legalisierung von Cannabis. Es wurden zwar Anpassungen des Grenzwerts diskutiert, jedoch hat sich die zuständige Kommission aufgrund der uneindeutigen Studienlage noch nicht zu einer klaren Empfehlung durchringen können. Wenn es darum geht, zu kalkulieren, wann man nach dem Konsum von Cannabis wieder fahrtauglich ist, gibt es viele Variablen, die berücksichtigt werden müssen und es gibt keine allgemeingültige Formel. Aber wir können uns einigen Richtlinien annähern. Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass der Abbau von THC im Körper von vielen individuellen Faktoren abhängt, wie dem Körpergewicht, der Menge und Potenz des konsumierten Cannabis, der Häufigkeit des Konsums sowie individuellen metabolischen Unterschieden. Die Halbwertszeit von THC kann bei gelegentlichen Konsumenten etwa 1,3 Tage betragen, während sie bei regelmäßigen Nutzern deutlich länger sein kann. Für gelegentliche Konsumenten könnte eine grobe Faustregel sein, dass man nach vier, sechs Stunden nach dem Konsum von Cannabis wieder fahrtauglich sein könnte. Aber dies kann stark variieren, basierend auf der Qualität und der Menge des konsumierten Produkts. Für regelmäßige Konsumenten empfiehlt es sich, mindestens 24 Stunden zu warten, bevor sie sich wieder hinter das Steuer setzen. Aber auch diese Zeit kann je nach individuellem Konsumverhalten und Metabolismus variieren. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass diese Zeitspannen keine Garantie dafür bieten, dass das THC vollständig aus dem Körper ausgeschieden wurde oder dass man rechtlich als fahrtauglich gilt. Die einzige sichere Methode ist, ganz auf das Fahren zu verzichten, wenn man Cannabis konsumiert hat. Die individuelle Fähigkeit, die eigene Fahrtüchtigkeit zu beurteilen, kann trügerisch sein und die rechtlichen Grenzwerte sind sehr streng. Die Konsequenzen für das Fahren unter dem Einfluss von Cannabis können schwerwiegend sein, einschließlich Bußgeldern, Fahrverboten und sogar strafrechtlicher Verfolgung. Daher ist es wichtig, verantwortungsvoll zu handeln und sicherzustellen, dass man vollständig nüchtern ist, bevor man sich ans Steuer setzt. Wenn du Zweifel an deiner Fahrtüchtigkeit hast, ist es immer sicherer, alternative Transportmöglichkeiten zu wählen. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.